Hier präsentieren wir die 5 besten Brotkästentests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Kann Rosi Brotkasten im Retro-Design? Praktisch und auch schick. Der große Stahlbrotkastenlagerbehälter im 40er Jahre Creme Weiß Look von Gran Rosi ist nicht nur sehr stabil und groß genug für die gleichzeitige Lagerung zahlreicher Brote gebackener, sondern auch ein Blickfang im Küchenbereich. Dank der Luftstromlöcher auf der Rückseite des Brotbehälters wird die notwendige Luftzirkulation bereitgestellt. Dies verhindert Feuchtigkeit und Schimmelentwicklung. Ihr Brot schmeckt sicherlich so lange wie möglich knackig und frisch. Nummer 4. GA HOME FAVOR Brotkästen Küchenbrotbox Diese Lunchbox hat 2 Griffe, die verwendet werden, um bequem die Lunchbox zu übertragen. Der einfache Farbton des kann zu jedem Kochbereich passen, ob heute oder retro. Die Schneidebrettabdeckung besteht aus Bambus und hat auch einen leichten Duft, der der Natur ähnelt. Die Box ist aus Metall gefertigt und ist deshalb extrem stabil. Sie brauchen sich keine Sorgen darüber zu machen, dass es schnell schädlich ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. LUMALAND Cuisine Brotkasten aus Metall Die trendige sowie ornamentale rechteckige Bambusbrottonne im minimalistischen Stil von LUMALAND besteht aus pulverbeschichtetem Metall mit einem modernen, stilvoll gestalteten Brotzeitschriftzug. Mit seinen tragbaren Abmessungen von ca. 30,5 x 23,5 x 14 cm können Brot und Brötchen im Küchenbereich verstaut werden, um den Bereich zu erhalten. Nr. 2. Rabantia Brotkastencreme Schließlich gibt es einen Brotbehälter, der im Küchenbereich aufgestellt werden kann, um Platz zu sparen. Die Brötchenbox hat eine flache Oberseite, auf der Sie z.B. Lagergläser abschalten können. Es gibt Platz für alle Arten von Backwaren. Es ist optimal für die Aufbewahrung von Brot, Brötchen, Bagels und Muffins. Und die Nummer 1 unserer Liste. Brotkastenholz-Brotbox Dieser wohlgeformte Brotbehälter in einem wunderbaren und auch hochwertigen Holzstil ist der ideale Aufbewahrungsraum für Brot, Brötchen, Brot, Kuchen sowie andere Backwaren. Es eignet sich zusätzlich zum Speichern von Rezepten, als Aufbewahrungsbox oder etwas Vergleichbares. Die Brotdose kann in zwei Mitteln geöffnet werden. Auf der Führung sowie auf der Unterseite. Auf der Vorderseite befindet sich ein Luftschacht, der nicht nur das Öffnen der Brotdose anbietet, sondern auch eine optimale Luftzirkulation ermöglicht, so dass Ihr Essen frisch bleibt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.